Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, das Hordler-Projekt. Mit dabei ist der Swifty, meine kleine Schwester, die Selintra, Sally, Magic Sally, der Kevin und die Inferi. Hallo. Ja, ja. Ja, ich dem letzten kurzen Part, würde man sagen, machen wir jetzt mal einen längeren Part. Ja, nach letzter Woche kommt jetzt Numerikan. Genau, und nicht schon wieder Schlachtfeld, was sechs Minuten dauert oder so. Der Troll heult schon wieder. Der heult die ganze Zeit, ihr müsst schon gar keine Tränen mehr haben. Ja, guck mal. Die Wartezeit ging mal schnell vorbei. Ja, so, das lobe ich mich für ne Wartezeit. Nicht zwei Stunden, ne? Wie gesagt, ich hätte jetzt ja geheult und gelacht, wenn jetzt endlich nach zwei Stunden drin wären und dann VisConnect oder so. Was haben wir denn da? Aha, die haben da Ustik ein bisschen geändert. Quest Homemade keine zu wahrnehmen, ne? Ne, nur die Siege den, den und den und den. Buffs laufen alle. Wir haben hier so Dungeon-Aufgaben. Wir werden sterben. Das find ich cool. Wir werden so dreckig sterben. Aber voll dreckig. Ja. Ne, schauen wir mal. Wenn wir nicht so viel, dann klappt das schon. Ja, ne. Pullen wir mal gemütlich nach den ganzen Patches. Wir haben ja keinen Stress. Pullen wir mal gemütlich so drei Puppen. Hey, wo willst du denn? Hast du mich verarscht? Wie kann ich noch nicht wirken? Ist ein großer Schamane, klar kannst du das. Kannst du nicht. Ich hab's immer noch nicht ausgeschaltet, dass der mir dazwischenlabert, wenn der's nicht wirken kann. Ah, ja. Müsste ich auch noch machen. Gute Idee eigentlich. Ähm, ja, ne, ich lass das alles laufen. Einfach. Ist eh ganz leise im Hintergrund bei uns. Bei mir. Ja, ich hab's eigentlich so den ganzen Sound generell gut angepasst, damit man wirklich alles hört. Ja, ja. Bei mir hört man meistens, das kann ich noch nicht wirken. Hm, genau. Ich habe kein Ziel. Wo macht man das denn aus? Ähm, keine Ahnung. Ich lass das generell immer. Irgendwo Audioeinstellung. Ja, erklär's dir mir nachher mal, wenn er so findet. Ja, ich weiß selbst noch nicht, wo es ist. Ich muss mich da jetzt mal reinholen. So. Dann haben wir die Gruppe. GZ. Ich hab ja gesagt, das geht schnell. GZ. GZ. Und? Freigeschaltet. Neue Innis freigeschaltet. Kev? Ähm, nein. Nein? Oh mein Gott. Nein. Oh nö. Das heißt, wenn wir nicht mindestens zwei Level in diese Innis machen. Das sieht echt schlecht aus. Gibt's wieder mal einen Livestream. Wir müssen doch für Livestream-Questen gehen. Ist doch auch schön. Juhu. Yay. Yay. Äh, yay. Yay. Die volle Freude. Oh ja. Ja. Ja, dann machen wir die Innis halt schön clear. Dann dürft das schon passen. Mal schauen. Dann nimm mal einen großen Besen mit. Wir brauchen jede Menge Erfahrungspunkte. Ich bin Damage-Meter Platz 1. Äh, wir leveln aber eh schnell auf. Wir haben hier Level-Dinges erhöht. Ist da mit mir kaputt? Ja. Neue Patch. Die haben gesehen wie schlecht das ist. Jetzt haben sie die ganzen. Äh. Ich glaub mein Gesinn sagt irgendwas von 20% oder 30% Level. Äh, hier. EP. Oha. Also Leveln tun wir sehr schnell. Äh. Hoffentlich. Ja. Ja. Ja, komm wenn du nach äh, gefühlten 3 Quests in Pandaria schon 88 bist. Äh. Äh. Also wirklich. Ich mein Quests wirklich sehr schnell bis 90. Von 90 bis 100. Das dauert wieder lange. Ist ja wohl logisch. Ist klar. Ist ja neuer. Ja, ja. Ja, soll ja auch nicht in 5 Minuten fertig sein. Wir werden machen das 2 Jahre bis jetzt. Ne. Wäre ja lange. 2 Jahre oder so haben wir dann wieder für normal Verschnaufpause oder? Äh, ja. 2 Jahre bis nächste Addon kommt. Ja. Ja, dann kommt die brennende Legion und dann werden wir alle sterben. Ja, möglich. Möglich. Kommt noch so einiges. Oder WoW wird so scheiße, dass man es nicht mehr spielen will. Oder das. Oder das, ja. Oder das. Ich mein, die Untote ist schon tot, der macht ja den nicht aus. Mit dem Sterben. Ja. Was war denn das jetzt? Mein Gott. Sarkasmus. Ja. In der Art. So. Draufhahn. Ich ist noch nicht bereit. Das lädt immer noch auf. Ihr habt kein Ziel. Okay. Ich muss näher ran. Die Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich habe kein Mana mehr. Ne. Daran scheitert es bei mir eher nicht. Sauber ist noch nicht bereit und ich muss näher ran. Ich habe kein Ziel. Also wie gesagt, beim Questen wirst du dich freuen. Mein Paladin fällt bei 3 Standard-Mops um. So 3 billigen Drachen. Und da will ich nicht wissen, was du hier von 3 Elite-Typen ohne Heil auf die Schnauze kriegst. Ja. Wahrscheinlich einiges. Mhm. Ich mein, als Druide hätte ich jetzt einfach nur das machen müssen als Heiler. Verjüngung und fertig wäre es. Aber nein. Das haben sie uns ja auch abgenommen. Das heilt ja kaum noch. Okay. Aber ich möchte es auch mal so sagen, dass ich finde es gut, dass sie das Heilen ein bisschen schwerer gemacht haben, damit es auch noch eine Herausforderung ist. Aber sie haben es echt extrem schwer gemacht. Ja, nur bitte eine faire Chance. Wir haben es ja schon überarbeitet. Also Heilen war für mich immer eine Herausforderung. Ja, gut. Dazu spielen wir aber auch zu selten WoW immer. Ich sehe gerade, ich weiß nicht ob das schon jetzt lange so ist, aber ich sehe gerade die Combo-Punkte, die ich bei einem Gegner mache, sind auch beim anderen drauf. Die sind nicht mehr weg, wenn der Gegner tot ist. Das ist gut. Ja. Okay. Davon habe ich was gehört. Ja, das hätte ja voll genervt, wenn du 5 Combo-Punkte eigentlich zusammengekratzt hast und eine super Attacke, dann ist der Gegner tot und dann bringen wir nichts mehr. Äh, die Sprengladungen sind scharf. Ich sehe es. Was habt ihr denn für einen Stress? Geh weg da! Es steht ja auch noch unten. 5 Sekunden. Ja, bei Gnome würde ich da aufpassen. Guck mal. Zack, das ist ein Platt gewesen. Die können den Countdown nicht richtig timen, oder wie? Höchst die Konten. Läuft schneller als gedacht. Hackfleisch. Steak! Mh, Steak. Tööö. Hüpfen wir mal eine Runde Wirr herum. Boah, jetzt eine Lasagne. Lasagne. Ah joo. Mit Kuh, aber mit Kuhfleisch anstatt weiter Fleisch. So, was ist denn da jetzt? Mach auf den Scheiß, he? Ja. Hat er gebabbelt. Typisch Paladin. Ne, 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 es war geschildert. Ach so. Es hat nichts mit Babbeln zu tun. Stimmt. Stimmt. Ich wollte gerade sagen, da fehlt er ruhig. Stimmt. Oh, da kommt was Großes. Bro, da kommt ein Elite-Mob. Oh mein Gott. Wo kommt der denn her? Ach, von dahin. Ich habe vollstes Vertrauen in dich, Heilerin. Heilung, Heilerin. Ne, also schilden musst du jetzt sehr oft. Und, äh, ja, weil es Dizzieheiler ein bisschen Holy No war, dann geht das schon. Da kam ein Blitz geflogen. Ja, ja, das passt schon. Gut, 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 gut. Ja, bis jetzt, bis jetzt sind sie noch nicht so viele. Ne, ne. Nur als männlich würde ich jetzt momentan nicht heilen. Das ist richtig schlimm. Ja? Das ist richtig schlimm. Wirklich, also du kannst da, ich hab äh, zum Anfang rausgehauen, alles rausgehauen. Also, bevor die das überarbeitet haben, das war ein Grauenfall. Die sind mir alle weggestorben. Ich konnte nichts tun. Okay. Seitdem steht auch meine Heilerin erstmal nur rum. Ich will nichts mehr mit ihr zu tun haben gerade. Ich trau mich nicht mehr mit ihr zu heilen. Kein Knub. Kannst du dich heilen? Mein Droider hat funktioniert. Das klappt super. Learn to play. Ich hab mit der ab Level 1 ausgeheilt. Also, ab Level 10 nicht Level 1. Aber, naja. Und dabei hat es gerade so Spaß gemacht. Hui. Wer denn her? Ja, da kommt ein... Auch von hinten. Auch von... Ja, von hinten ist geil. Von hinten. Von hinten. Ja, dann irgendwie sind das. Die sind ja alle ganz schön rot bei mir. Bist denn du Mopper? Ja, die sind richtig schön knatschig rot. Bei mir orange. Ja, da bist du schon Level 25. Wir haben ja keinen Stress. Was? Gesundheit niedrig? GZ. Dankeschön. Beide Geschwister genau gleich. Level 1. GZ. 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 Oh, ich hab dir einen Totem im Hintern platzi... Oh, geil. Das ist das, was zu gekitzelt. HHHHHH. GZ. 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 Ich brauche ein Ziel. Das heißt, das Ding ist schon wieder tot. GZ. 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 Zum Thema schnell leveln, ich hab schon die Hälfte wieder fast erreicht. Ich hab noch ein bisschen leveln. Ich glaub als nächstes kommt noch schale rote Zeug. Der Bayern München-Fallenclub. Der Bayern München-Fallenclub, genau. Überall die Fahrten, das ist ja widerlich. So, dann klopfen wir auf die mal ein bisschen drauf. Wir haben's ja. Ja, es geht. Am tanken hat sich jetzt nicht viel verändert. Auch mit der Agro bin ich eigentlich relativ gut dabei. Agro zu heilen ist auch nicht schwierig. Heilen ist schwer, seh ich grad. Ja, ja. Aber wie gesagt, sobald die richtigen Heilshauber raus spammen kann, dann geht alles. Ja, die fehlen echt. Das ist wirklich, also ja, doch eine Steigerung des Schwerpunkts ist schon gegeben. Aber ist schön. Ja, doch. Ist mal ne Herausforderung ein bisschen. Ist mal was anderes. Ist nicht nur einfach rumsitzen und zwei Knöpfe drücken. Jetzt musst du sogar drei drücken. Vier. Das hatte ich beim Deboiden ja. Einfach nur Verjüngung und das andere da. Dieser heilige Kreis. Hier, die Gnome da hinten greifen mich an. Ne, tun sie nicht. Komm her. Sau. Gut, dann heil ich mal die Heilerin. Ne, heil Sally. Und ich heil den Heiler, den die Heilerin heilt. Sorry, dass ich grad keinen Damage mache, aber ich habe auch zu tun. Ist krass, ne? Ist schon krass. Ich hab ja eh alleine Agro. Boah, ja das hier ist heftig. Wir sind mit zwei Leuten am Heil. Ne. Ja, läuft. Schaut geil. Na mal hier Leder aus. Kommt der schon wieder her. Ja, den habe ich gefunden. Komm, ich mach Gier. Die brauche ja vielleicht noch ein anderer. Wieso willst du es haben? Ich meine Leder und Ausdauer ist ja dann eher was für unsere zwei Stoffis hier. Hä, wo muss ich denn das jetzt abgegeben? Wie ich das jetzt abgegeben habe? Ja, ja. Ja. Breitsche Abgabe, ich seh das auch. Aber wo? Da, bei den komischen Boxen. Ja, komisch. Da ist schmutzvergrößertes Objekt brauche ich doch dafür. Hab ich doch. Warum hast du die Schuld anbekommen? In Free. Weil du mich grad gefragt hast, ob ich es brauche. Ich hab... Weiß ich nicht, weil ich Gier gewürfelt habe und sie gekriegt habe. Achso. Na dann schmeiß rüber, wenn sie nicht brauchen. Kann sie ja nicht brauchen. Oh mein Gott, jetzt könnte es etwas schlimmer werden. Hier. Ah ja. Beinahe tot. Hand auflegen. Ne, ne, noch nicht. Hab ich schon. Zu spät. Du bist doch nicht tot. Ja, weil ich Hand auflegen gemacht habe. Ja, von und zu. Gimp. Ja, du bist doch noch nicht tot. Ja, noch nicht. Gezettt. Gezettt. Das hat man aber eben noch. Das spart aber einiges an Heilen, wenn man Level Up bekommt. Bubble. Immer wieder bubble. So weit du kannst, bubble. Oh was, das geht. Wir sind jetzt mit zwei Leuten am Heim. Ne, wenn ich bubble, verliere ich die Agro. Nicht du. Du. Ich mein, Infury. Immer bubble. Immer bubble. Ja, ja, mach ich doch. Genau, Infury. Bubble, bubble mal. Ich weiß, wie man einen Priester spielt. Echt? Ja. Infury, bubble mal. Hast du schon gebubbelt? Du könntest mal bubbeln, bubble mal. Bubbeln, bubble, bubble. Ja, bubble mal. Ja, danke. So, bitteschön. Sehr schön. Und die nächste. Ich will ne Bubble in der Bubble, Bubble. Du könntest mich so oft bubbeln, bis ich so leicht werde, dass ich abhebe. Ich muss das unbedingt ausschalten. Ne, ich hab nicht genug Energie. Ich habe kein Ziel. Ich hab nicht genug Energie. Oh. Außerreich wird. Ich sag Zauber ist noch nicht bereit. So. Kann ich noch nicht tun. Oh, ich hab Agro. Ja, ich seh's. Wieso? Was machst du mit dem Arschkopf? Du kleine Agro-Wolzen, du. Wer Agro-Find darf sie behalten. Oh, 1056er Griff. Yay. Hui, Hui, Hussa. Hat einer den Boss gesehen? Ah, da ist er. So. Meinst du das große da? Jupp, genau den. Ja, genau das. Jetzt haben wir was zu tun, würde ich mal sagen. Würde ich mal behaupten. Ah, läuft doch. Noch geht's. Hat man eh schon alle Level Up eigentlich? Mhm. Nein. Was heißt dann Nein? Also ja, du weißt. Ja, das könnte sich in dieser Ini tatsächlich noch eins ausgehen. Ja. Ja, ich bin auch schon wieder bei 49%. Wäre gut, dann würden wir uns vielleicht ein bisschen Questerei ersparen. Ja. Aber ich sehe jetzt kommen Questen müssen oder so oder so oder so. Muss jetzt auch nicht unbedingt streamen. Ja, eben. Drum, denke ich mir. Eh nicht so. Oh, jetzt aber. Komm mal her. Warte mal fleißig. Am heilen, die Kuh. Was haben wir da? Ja, ich bin gleich wieder Level Up. Du kannst mich mal babbeln, ha? Du kannst mir nicht vorlaufen. Hilfe. Äh, wartest du gleich mal kurz? Ich möchte Zwift dir die Schultern dann geben. Nö. 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 Du bist so ne blöde Kuh. Nö. 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 Jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjfxdjjjjjjjjj vgjjjjjjjjjj bounceVvj �n meriedtashvdjjjjjjjjj Also mit 26 haben wir schale rote Hallen. Und ich kann jetzt die Schnelligkeit des Raubtiers und heilen eine Berührung. Ich kann noch mehr heilen. Als DD. Wenn ich eine Fähigkeit dazu bekomme, ich weiß gar nicht. Also wie gesagt, als Heiler-Druide bin ich auch nur am Spam. 500er Heilung. So. Ich muss mir jetzt gerade ein bisschen konzentrieren. Ich würd bei dir damage machen. Weil wenn ich da irgendeinen von den Arschköpfen nicht wirklich anzecken. Mach doch. Ja ich versuch's wirklich, also ich geb mir echt Mühe. Da passiert nichts. Guck mal. Doch ich bin Hunter-Spieler, ich bin das nicht gewohlen. Ja genau. Hunter macht auch nicht viel mehr Schale. Ritt dich nur raus. Doch, 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 doch. Mindestens dreimal mehr. Hättest du einen Hunter spielen müssen? Kein Schamanen. Schon wieder. Ich spiel auch schon so viele Hunter. Hättest du noch einen Hunter spielen müssen? Nein. Jetzt zieh ich ein Chami durch. Ich wollte nämlich schon mal, ich wäre schon fast auf die Idee gekommen, den Charakter zu wechseln. Aber ich hab mal gedacht, komm ein Chami. Er erinnert mich auch noch einer daran, sobald das geht mit den Account Streitkolben zu holen. Denn dann würfel ich unserer Mönchchen hier nicht wenigstens mal noch die Waffen weg. Streiten sowieso schon über alles andere. Ja gut, das kannst du ja mit dem Abzeichen vom PVP kaufen. Das Account gebundene Gier. Lebt meine Schwester eigentlich noch? Jo. Jo. Du läufst nur hinterher. Jo. Ist auf Folgen und pennt. Mach ich gleich mit den Handschuhen. Genau. Einfach nur noch automatisch aus. Die sehen noch schick aus. Ja. Ja, die passen farblich super zu den Schuhen. Hinter uns. Kommt grad einer. Ist das schön in der Fünfergruppe zu sein, ich liebe es. Nee, kommt doch nicht. Alter. Ja. So. Das scheinen wir schon zu dritt. Okay. Ich kann ab und zu mal mein Tutel in den Steinbeutel raushauen, weil da erledigt eher leidig. Ich freue noch Salz in die Wunde. Ich freue noch Salz in die Wunde. Ich freue mich ja genau. Lass dich mal. Dann kann ich mich schützen und euch mitteilen. Also es ist kein Ding. Weißt auch, dass ich das absichtlich mache? Ich mache das doch gar nicht. Ich hab's doch nicht böse gemeint. Ich kann doch auch nix aufhören. Doch von dir schon. Ja, du ihn heiler ist einfach besser. Aber ich bin kein Heiler, ich bin eine Katze also. Ich lege mein Leben in deine knochigen, heilenden Hände. Wenn die jetzt nicht lieb ist, wird die Muschi rasiert. Geht's jetzt? Geht's jetzt? Geht's jetzt? Also hier rumpelt es echt im EP-Kabel. Ja. Läuft. Doch, bei mir auch. Ich bin gleich durch den Ausruhbereich, äh durch den Erholungsbereich durch. Genau. Leder genommen Regal, Leute. Bitte mal ein bisschen Leder beweglich. Nur deswegen läuft's ja. Nö. Ne? Der Alarmbot. Alarm, Alarm, Alarm. Alarm, Alarm. Ne, wo? Oh. Ich hab den schon lang gekillt. Du hast gesagt tot. Das hast du nicht mal gesehen, dass der gekommen ist. War der schon tot. Ich will gar nicht wissen, wo der jetzt hingekommen ist. Wer? Was? Wie? Oh Gott. Du hast gesagt, du hast noch nicht mal gesehen, dass der gekommen ist. Ja, genau. Oh Gott. Ne, Eti. Du brauchst mich nur Eti nennen. Aber der hat mir auch noch meinen Spruch. Das ist der Hammer. Wer pullt denn hier? Äh, äh. Äh, äh. Der Schamane war's. Ja, ich denk's mir. Ne, hat sie nicht. Doch. Ne, hat sie nicht. Ne, hat sie nicht. Äh. Oh, unsere Kuh hat Agro. Heil. Oh mein Gott. Da müssen alle sterben. Heil Kuh? Also, jetzt überlegt mal. Ne, ne, ne Kuh als Tank, die was dauernd verkloppt wird, wie zart das Fleisch da sein muss. Hä? Wir essen dich, wenn du ganz alt bist. Oh. Ich helf euch. Ich fang beim Arsch an. Vielleicht zwar zart, aber dann doch schon vermordert. Ja, dann werde ich eine untote Kuh. Das stört unsere Priesterin nicht. Ja. Ich esse ihn auch roh. Jetzt. Kannibalismus. Hey. Hey. Was geht denn ab hier? Gottesschild? Was ist Gottesschild? Was ist der göttliche Schutz? Was ist der göttliche Schutz? Äh, ich glaub das ist Gottes Schild nur für Magieangriffe. Sprich, äh, da bist du, ähm, also nicht immun, aber schützt sich mehr vor magischen Angriffen. Okay. Ich glaub, wenn ich jetzt zum Beispiel der Feind wäre und die ganze Zeit zorn auf dich pallern würde, würde das nicht so viel Schaden machen. Oder sagt einen, kommt drauf an. Genau. Die Fernkämpfer. So dann. Soll ich. Halt. Ja, sowas in der Art. So, so wissen wir nicht. Stimmt. Also ich letztens tank hier in der Indie war, hat ein Mage da oben den Boss gepult. Der hat den tanken dürfen. Mein Blitzschild hat 14 Aufladungen. Was geht denn ab? Jetzt mal einfach dein, äh, hier dein... Offshock. Ja, wollt grad sagen. BAM! Da kommt von um die ganzen Blitze. Das sieht so geil aus. Siehste mal, da bin ich direkt von 25 DPS auf 27. Und zwar auch. Wahnsinn. Wahnsinn. Die Leute beim Shami. Voll die Gerechtigkeit. Alter. Und die haben den Sound auch, äh, überarbeitet. Voll die Gerechtigkeit. Ja, extrem. Und das war jetzt extrem klar, die Aussage. Also ich finde normal ist das immer so im Hintergrund irgendwo. Ich war zu weit weg, um das zu hören. Oh mein Oh. Okay. Ja. Ja. So. Zweiter Boss gleich. Down. Down. Down Boss. Nicht genug Energie. Was? Ja. Machen wir Explosionen. Ah ne, der kommt noch. Dann haben wir da Stress. Explosionen! Mehr Explosionen! Also machen wir das mit dem Fallschirm oder sollen wir die Priesterin ergaffen? Hm. In Free. Brauchst du den? Das ist egal. Das Ding habe ich nie verstanden. Mit dem Fallschirm runterhüpfen. Wo ist der Fallschirm? Da in die Kisten. In der anderen Kiste. Neben dem Flugzeug. Wo hast du das Handgelenk in Free? Äh, warte. Ja. Okay. Was? Wo ist denn der Fallschirm? Da? Ja. Der war doch... Genau hinter meiner Schwester. Da. In der Kiste. Achso. Hier. Hallo. So, wo landen wir denn jetzt am besten, dass wir nicht alles pullen? Das weiß ich jetzt noch nicht, aber ich glaube, ich habe dann noch einen falscher Knopf. Von dem Fallschirm haben wir in die Tasche und dann ähm... Genau. Seht her, ich kann schweben. Warte. Ich bin unten. Wieso sagt der mir das? Achso. Also du musst springen und dann draufklicken oder was? Ja, klar. Und ich land jetzt einen Zentimeter zu weit nach vorne. Ah. Oh mein Gott, irgendeiner hat gepullt. Ja, das weiß ich. Ich habe genau einen Zentimeter zu sein. Oh fuck. Das sind scheiße viele. Das sind scheiße viele. Bleib du dran. Das sind zum Teil aber alles... Also ich kann noch Hand auflegen und ihr müsst es mir nur sagen. Wenn ich es verwenden soll. Ihr müsst es mir nur sagen. Guck mal, du hast zwei Heiler, die für deine Gesundheit sorgen. Aber läuft. Ich meine ja nur. Ja, ist cool. Ja. Das heißt, deshalb haue ich auch mal eben noch ein Heel raus. Ich bin nur dort. Weißt du, du musst in eine Instanz rein mit drei Heilern. Damit was packen. Das knickt mich voll, ey. Dafür kannst du ja nichts. Das ist ja Blizzard schon. Diese Tür war es, oder? Ja, hier ist Blizzard. Ja. Das müsste der richtige Weg sein, oder? Schwierigkeitsgrad ja erhöhen. Könnte, 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 könnte. Ist er aber vielleicht. Brüste, 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 aber könnte. Ich glaube, ich... Geh doch einfach. Scheiß drauf, EP. Ja eben. Machen wir nicht clear. Doch, das ist clear, wenn mich nicht alles täuscht. Ah, fuck, wir haben oben den anderen Boss nicht gemacht. Scheiße. Wie oben den anderen? Ja, der andere, wo man nicht mit den Fallschirmen runterhüpft, sondern mit dem Lift runterfährt. Ach so. Da oben steht noch so ein kleiner Zweitboss. Ja, gut. Ja, gut. Nee, wieso den Kerl mehr holen? Ist ein Lift. Ist ein Lift, fährt wieder hoch. Ja. Der fährt nicht nur runter. Ey, läuft doch. Oh. Sonst beschwert sich wieder einer, dass wir dauernd reden davon, wir machen sie clear und da... Wo ist denn der Lift hin? Ähm. Oder war das erst im nächsten Raum? Ab wann können... Nee, das war im nächsten Raum. Ich bin vielleicht ein Affe. 40, ne? Ist aber ein Taucher. Ab 40. Ah ja, da hab ich ja noch ein bisschen. Brauch ich mir keine Rüstung zu bunkern jetzt mit Kette. Könnt schlecht werden, bringt dir eh nichts mehr an. Nee. So. Ja. Eigentlich kann ich meine Level 20-Ketten-Schulter tragen, die jetzt wesentlich schlechter sind. Ja, nice. Get set. Get set, man. Gut, dann laufen wir hier rüber. Okay, noch 11 Prozent, dann hab ich auch schon wieder Level up. Auch schon wieder, dann ruhig ich euch endlich mal nach. Ja. Hier wurde man nämlich letztes Mal angeflamed, dass wir doch... Wieso wir nicht eigentlich runterspringen? Wie wir die gemacht haben. Kannst du dich noch erinnern? Agro. Nee, hast du ihn nicht. Doch, hab ich. Scheiße. Ja. Scheiße, Mann. Ich krieg's nicht ins Target, jetzt hab ich's. Du hattest Agro. Oh, ich kann mich nicht bewegen. Das ist aber blöd als Caster, klasse. Ja. Ich habe kein Ziel. Das passende Abschlusswort. Ich habe kein Ziel. Ist nix mehr da. Alles tot. Ich find's cool, dass ein Großteil meiner Rüstung auch Willenskraft hat. Da ist er. Guck mal da. Regeneriert sich wieder so schnell. Oh, da ist er ja. Ja genau, von dem hab ich geredet. Und da vorne ist nämlich dann erst der Lift. Ja. Zum Runterfahren. So. Obwohl ich beim Damage, also von der Bedrohung her, vom Agro halten, es war früher, ist der Wert schneller hochgegangen als jetzt. Okay, jetzt ist die Kuh wieder oben. Ja. Danke schön. Wow. Die sind cool, die Schuhe. So. Leder. Weißt du? Endlich mal Beweglichkeit und das ist schlechter als meinst. Ich bin voll krank. Brauchst du die Schuhe in Free? Hm? Ne, ne. Ist doch Leder. Also ich bin Leder. Da mach ich mal ganz geschickt Bedarf drauf. Sie ist mal so gut mein ich mit dir Schätzchen. Ja. Herz aller Liebst. Herz aller Liebst. Okay. Komplett neu ausgerüstet. Weiter geht's. Vielleicht mach ich jetzt vielleicht. Naja. Mal 25 Damage. Alles ist riskant ausgelegt. Also ich bin mir noch nicht sicher. Wenn wir so schnell weiterleveln, dann können wir das WOD jetzt noch Panaria schaffen. Leder. Nee, 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 nee. N Naja. Nee. Der hat sich da beschäftigt stundenlang. Ich war ganz lieb und ruhig und könnte die blöde Schlange jetzt mal weiterkommen, ja. Also du warst wirklich, also vorbildlich. Ihr habt nur nicht gehört, wie ich geflucht und geschickt habe. Bist du jetzt durch den Lift gefallen? Ja. Du machst Digamoisin. Was für Glück, wenn du ein paar Tage bist, dass die nur halb so viel Schaden kriegen werden. Ich glaube, alle anderen wären jetzt tot. Ja, das war wirklich, also, dass du das so ausgerechnet hast, dass das noch ausgeht, dass du nicht stirbst, wenn du untereinkommst. Ja, genau. Zum Thema, wo runterspringen, zum Thema, wo runterspringen, wie heißt dieser Dungeon da, wo Nefarian ist, also wo der Nefarian da, Festschwing Abstieg, Festschwing Hort? Egal, eins von den beiden, da wo dieses... Du bist jeder Spezialist. Ja, ich dachte, einer von mir wüsste das. Nee. Nee, auf jeden Fall, da wo irgendwie obere Schwarzfests tiefe irgendwo da, keine Ahnung, mir auch furscht. Wir sind absolute WoW-Geschichts-Noobs. Ja. Nein, nicht in der Geschichte, ich wollte nur wissen, wo der Ort jetzt war. Nee, war mein Cousin mit mir drin, ne, durchziehen und so, einfach nur so aus Fun. Und der springt über der Brüstung und der ist... Oh mein Gott, was hatte ich denn jetzt im Tag? Brüste, Brüste, Brüste. Nicht, das war debüt, das ist spät. Und der ist Ingenieur, das heißt, der hat Zoomstück und der hat so eine Flugmaschine, weißt du? Und ich, Idiot, springe im Fall hinterher, wenn der schön runtergleitet, springe ich in den Tod. Ach. Du machst Sachen. Ja. Ja. Ich hab gedacht, cool, springe ich dir mal hinterher. War nicht so clever danach. Haben wir den da? Guck mal da. So. Dann sind wir noch richtig. Dinge, die die Welt nicht braucht. Also Major könnte das jetzt lesen. Ja, genau. Major könnte sagen, oh, schon Porno. Okay. Also dafür, dass die letzte Folge so kurz war? Ist die wieder relativ lang, ja, stimmt. Ist ja genug Regan. Wir sind dann aber gleich durch, also es dauert nicht mehr allzu lange. Instanzenmäßig und Nerven auch alle durch. Beides. Mit den Nerven am Ende. Wie gesagt, ich find genug Regan jetzt als Inni selber nicht schlecht. Man kann sich schön drin aufhalten. Ja. Wozack feiern, Weihnachten. Ja, zum Beispiel. Du hast genügend Platz überall. Genau. Ja, hier könntest du super Eigentumswohnungen aufstellen. Gibt nur ein kleines Problem mit den ganzen Strahlen und so. Aber hey, Japaner haben auch kein Problem damit. Ja, die sind auch so klein wie Gnome. Die Inni, was ich extrem hasse, ist der Nexus. Oh ja. Mit dem scheiß Drachenkampf. Also die ist richtig. Ja. Die hab ich einmal gemacht, um sie zu haben. Und danach bin ich immer random rausgegangen. Wenn ich random reingekommen bin. Ja. Ne, also Nexus ist absolut nicht mein Fall. Aber werden wir euch trotzdem auch zeigen. Ich mag den Oculus nicht. Ja. Der Oculus hier mit. Oh, Schala. Oder auch die Drachen draufsteigen mussten fliegen. Das ist zum Kotzen. Ja. Ich musste das viermal machen, weil ich wollte ja die Erfolge haben für den roten Protodrachen. Und ein Erfolg wurde mir nicht angerechnet. Ja, ich meinte, warte mal, ich meinte eh nicht Nexus, ich meinte eh Oculus. Warte mal, Nexus war... Da wo man die Drachen... Ah ne, Nexus ist was anderes. Nexus war mit, äh, mir war hier mit diesem anderen Drachen da. Ja. Ja, ist eigentlich ganz in Ordnung. Ja, Nexus... Ne, da meinte ich... Ja, da wo man im Boden der Tatsachen bleibt. Das ist der Nexus. Aber das Oculus ist oben am rumlaufen. Ja, ne, da meinte ich das Oculus natürlich. Wo du, wo der, 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 der Heal den grünen Tatsachen bekommt. Der Tank, glaube ich, den Bronzedrachen. Oder ne, die ist den Bronzedrachen. Äh, ja. Ja. Der Drachenkampf auf alle Fälle. Ja. Mit den Drachen angreifen muss. Genau. Das war schon nicht scheiße. Ja. Das war nicht nur scheiße, das ist immer noch so. Ah, ich glaube für das Let's Play müssten wir... Nein, die gibt es nicht. Die wurde rausgekommen. Aha, die werden wir schon machen. Das werden wir schon packen. Müssen wir da? Könnten ja auch aus Spaß versuchen, alle dann irgendwann mal, äh, hier, Maligoss. Außerdem ist ja das Hordler-Projekt sowieso eigentlich nur auf Inis ausgelegt. Wir machen ja nichts anderes. Ja, genau. Questen zeigen wir ja nicht. Questen zeigen wir, zumindest nicht in der Aufnahme, nur Livestreams. Ja, darf streamen ich ein bisschen. Questen tun wir ja sowieso nur, wenn es nicht anders passt. Okay, auf geht's. Hast du mit dem Lich King solche Sachen? Stimmt, Raka. So alte Raids. Ja, die... Alter Raids wäre natürlich cool, so wie jetzt zum Beispiel, äh... Illidan. Illidan wäre cool. Da, da würde ich mir dann Maxi... Ja, wäre ich voll für. Da würde ich mir aber erst Gedanken machen, wenn wir Max-Level sind. Ja. Nachdem wir dann irgendwann ein Brommasch geleckt haben. Klar, warum nicht? Ne, können wir ja alles tun. Aber sonst... Ja, ich mein, ich bin ja schon mal einen Boss vor dem Lich King gestanden, aber dann war's das auch. Also ich hab den Lich King nicht gelegt, leider. Wer kümmert sich um die Bomben? Ich hab... Keiner. Ach, die machen wir immer hier alles. Rinder. Ich hab den gemacht. Pfeffert hat gut Zeit. Ah, jetzt hörst du ihn auch. Okay, jetzt... Also, äh, Lichtkönig hat mit meinem Cousin gemacht. Ich bin leider gestorben, weil eine blöde Reküre mich runtergeschlossen hat. Scheiß wie... Nee, hab ich leider, den hab ich leider nicht gesehen. So, äh... Bamschon-Ballwerk. Aha, geht auch. Hallo? Momentan noch alles im grünen Bereich? Oh, ein Dambi geht gleich flöten. Wow. Das... Sorry mal. Hammer aber jetzt wieder. Ich hab ne Glüferin, das in Katzengestalt ja, die bekommen eine Heilung von mir gestalt. Das heißt, ich krieg ein bisschen mehr Heilung drauf. Möder Explosionen, ich brauche Möder Explosionen! Und ich brauche... Naja, damn it. Wann schreint denn die so? Ja, krass. Ja, das ist überarbeitet worden. Cool, überarbeitet. Schiss, wack. So. Oh, Bombe! Ui, zwei. Hey, level up! Juhu! Hey, geht's halt? Alter, ich bin schon wieder Helden voll. Ah ja, ich hab auch schon wieder... Also, ich bin... 98... äh, 98 Prozent. Hm? Ich hab sechs. Großer, roter Knopf. Was passiert, wenn ich auf den großen... Ja, passiert das? Ey, 65 Prozent. Weißt du, das war das mit den Bomben ausschalten, oder? Ich find das echt toll. Der Etty und ich haben zuerst miteinander bei Level 25 Level Up gehabt. Und du hast sie überholt. Und jetzt hab ich jetzt 27 und 46 Prozent und der Etty ist erst auf 26. Ja, genau. Level 6. Ich bin 27, 41 Prozent. Also, ich... Also, ich... Ja. Es kann sein... Ich war ja vorher Haustierfarmen, da bekomm ich ja schon EP. Ja, genau. Dass das beim ausgeruhten Balken vielleicht etwas abgezogen hat, oder so. Ist ja egal. Auf alle Fälle hätt ich gesagt, das war's. Oder? Ja, ich befinde mich grad im Lade screenend. Ja, ich lauf schon Richtung Gasthaus zum Auslaufen. Ja, 60 Minuten. Wir haben schon scheiße später. Ja, genau. Müssen morgen wieder von raus. Dann können wir nächste Woche noch mal in eine Inni laufen. Ja, oder zwei oder drei. Inni zumindest. Ja, klar. Ja. Können wir schön vorproduzieren. Genau. Dann hätt ich gesagt, das war's für diese Aufnahme vom Hordler-Projekt. Und ich hätt nicht mehr gesagt, das hat uns gefreut, dass ihr uns gesehen habt. Die Office seht uns bald einmal wieder. Ich wünsch euch was. Tschüss mit euch und tschau mit euch! Bis zum nächsten Mal. Mein Spiel hört und sieht sich. Tschüss! Tschüss! Tschau! Alle gleichzeitig! Ja! So!